Sich einfach ins Bett legen, Augen zumachen, einschlafen, tief durchschlafen und am nächsten Morgen top erholt aufwachen. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, deinem Performance-Coach. Das Thema Schlafen, eins meiner Lieblingsthemen, denn im Schlaf steckt so viel Potenzial. Aber erfolgreiche Menschen haben in der Regel auch einen guten Schlaf. Denn wer gut schläft, der hat mehr Energie. Wer gut schläft, trifft weisere Entscheidungen. Wer gut schläft, ernährt sich in der Regel gesünder. Wer gut schläft, kümmert sich in der Regel auch um seinen Körper und bewegt sich etwas mehr. Wer gut schläft, ist besser drauf. Wer gut schläft, argumentiert besser. Wer gut schläft, hat eine höhere Stressresilienz. Wer gut schläft, hat einen ausgeglichenen Hormonhaushalt zwischen Aktivierungs- und Entspannungshormonen. Und genau diesem Grund ist dieses Thema für mich so interessant. Schlafen, Freunde. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich mit Schlafproblemen herumschlagen, die ständig unter maximaler Erschöpfung leiden, obwohl sie sich einigermaßen gesund ernähren, obwohl sie regelmäßig Sport betreiben, obwohl sie sonst gesund sind. Nichtsdestotrotz. Sie gehen zu den Ärzten, sie finden nichts raus, sie sind ständig erschöpft. Natürlich gibt es dafür viele Hintergründe. Ich habe gerade schon erwähnt, unter Voraussetzung gutes Essen und so. Klar, wenn Menschen natürlich sich super schlecht ernähren, ist es natürlich auch ein Energieräuber. Wenn wir ständig Dinge zuführen, den Körper nicht benötigt, ist es ein großer Energieräuber. Wenn wir gar keinen Sport betreiben, nichts für unsere körperliche Fitness machen, ist es natürlich auch ein großer Energieräuber. Wenn wir ein krasses, schlechtes soziales Umfeld haben, natürlich ist er auch ein Energieräuber. Aber lassen wir das heute mal außen vor und konzentrieren uns nur auf das Thema Schlaf. Und wie können wir den Schlaf optimieren? Und da möchte ich jetzt euch eine kleine Geschichte erzählen. Und um diese Geschichte zu erzählen, gehen wir in unsere Vergangenheit. Wir gehen mal ganz weit zurück zu diesem Zeitpunkt, wo der Mensch noch gar keine technischen Hilfsmittel hatte. Kein Licht, kein Fernsehen, kein Internet, kein Handy, kein Fernsehen, nichts, gar nichts. Wo der Mensch noch einfach mit Natur in einem war. So, was war da? Wenn draußen die Sonne untergeht, dann hat sich der Körper auf das Schlafen vorbereitet. So, und diese Menschen, unsere Urzeitmenschen, die Gene, die haben wir immer noch. Unsere Gene sind immer noch so die von unseren Urzeitmenschen. Mit kleinen, geringen Abweichungen. Diesen Biorhythmus haben wir auch noch. So, und der Urzeitmensch, was hat er gemacht? Wenn es draußen dunkel wurde? Ja, er hat sich in der Regel hingesetzt, hat sich vor das Feuer gesetzt, hat den Tag ausklingen lassen. Weil er hat ja gar keine technischen Möglichkeiten, Licht anzumachen, sich mit irgendwas zu beschäftigen, was seinen Gehirnstoffwechsel aktiviert hätte. Diese technischen Hilfsmittel hatten wir nicht. Das heißt, der Mensch hat mit seinem Biorhythmus gelebt. Und hat sich vor das Feuer gesetzt, hat vielleicht abends noch was gegessen und hat sich unterhalten in der Sippschaft. Und ihr kennt das Spiel, er sitzt vor dem Feuer, schaut ins Feuer, diese warme, angenehme Temperatur vom Feuer. Dieses Bild, wenn man in flackerndes Feuer reinschaut, macht einem schön müde. Das heißt, man hat sich vorbereitet, sanft in den Schlaf zu kommen. Und jetzt switchen wir und gehen jetzt in die Neuzeit, aktuell. So, der Biorhythmus ist immer noch der gleiche, deswegen geht es abends immer noch unter. Nur, was machen wir anders? Wir verhalten uns komplett anders. Wir haben die Möglichkeit, abends Licht anzuschalten. Wir haben die Möglichkeit, abends ins Netz zu gehen, uns Mordentotschlag anzuschauen, uns spannende Krimis anzuschauen. Wir können bei YouTube, Facebook, Social Media allgemein, können wir uns beschäftigen, bis der Arzt kommt. Und somit ist die Frage, kommt unser Geist zur Ruhe? Ja, wenn wir natürlich uns Naturfilme anschauen, mit Vögelgezwitscher und mit Wassergeräuschen, Windgeräuschen, Natur, eventuell ja. Aber das machen ja die meisten Menschen nicht. Wir beschäftigen uns ja bis kurz bevor wir ins Bett gehen, beschäftigen wir uns mit Dingen, die unser Gehirn aktiviert. Es ist hell, es ist laut, es ist aggressiv. So, in dem Moment ist das ein Signal für den menschlichen Organismus, du musst jetzt nicht schlafen, du brauchst nicht schlafen. Wir sind jetzt im Wachmodus, du musst aufpassen. Schaut mal, wenn ihr einen Film anschaut, einen Krimi anschaut, oder ihr schaut euch Schreckensnachrichten im Netz an. Was passiert hormonell in unserem Körper? Unser Körper reagiert im Millisekundenbereich darauf und produziert Hormone, die im Schlafen nichts zu tun haben. Ihr schaut einen Krimi an. Der Adrenalinspiegel geht nach oben. Nur Adrenalin, denn die Filme sind so gut gemacht, dass wir denken, es ist Realität. Unserem Geist ist es egal, ob es jetzt gerade stattfindet in der Realität oder ob es nur ein Film ist oder ob wir uns nur vorstellen. Das ist unserem Körper egal. Die Reaktion darauf ist im Millisekundenbereich eine Hormonsekretion, die dafür sorgt, dass wir nicht gut einschlafen können, auch nicht gut durchschlafen können. Und genau das ist die große Herausforderung oder eine der Herausforderungen ist diese sogenannte Einschlaf-Vorschlafphase. Schaut mal, für mich fühlt sich das oft, wenn ich die Berichte meiner Coaches höre, die werden ja auch zum Thema Schlaf beraten. Da fühlt sich das für mich ganz oft bei denen so an, als ob sie im ICE sitzen, mit 250 durch den Bahnhof ballern, die Tür geht auf, sie springen raus und hoffen, dass sie zum Stehen kommen. Und genau so fühlt es sich für mich an, wenn ich höre, wie viele Menschen mit diesem Thema umgehen. Da wird abends, bis kurz bevor man ins Bett geht, werden E-Mails beantwortet. Da werden abends, bis kurz bevor man ins Bett geht, werden alle möglichen Dinge gemacht, die für ein gesundes Leben nicht notwendig sind, die auch fürs Weiterkommen im Business oftmals nicht nötig sind. Ich kenne ganz wenig Menschen, die sich tatsächlich noch auf den Schlaf vorbereiten, die einfach mal mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde Auszeit nehmen, um dann in den gesunden Schlaf zu kommen. Das hat schon Seltenheitswert. Wenn ich im Eingangsgespräch mit meinen Coaches darüber rede, sind es von 100, nicht mal zwei, die ein sogenanntes Schlafritual haben. Das haben die nicht. Und wenn ich sie daran erinnere, dann fällt es denen wie Schuppen von den Augen und sagen, stimmt Andreas, du hast recht. Ich lege mich ins Bett und in meinem Kopf kreisende Gedanken. Es kreisen noch die ganzen Gedanken, was ich angeschaut habe, welche Nachrichten ich angeschaut habe, die E-Mails, die ich gelesen habe, die ganzen Aktionen sind in meinem Kopf. Und erst dann, wenn ich im Bett bin, fange ich an, noch darüber nachzudenken, noch zu verarbeiten. Und das dauert dann manchmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich überhaupt einschlafen kann. Und nachts wache ich auf mit diesen Gedanken. Ich muss zur Toilette und zack, sind die Gedanken wieder da. Und es sind natürlich keine Gedanken, die mit Friede, Freude, Eierkuchen verbunden sind. Es sind immer Gedanken, die ein gewisses Stresspotenzial haben. Und das wäre, wenn es darum geht, gesund in den Schlaf zu kommen, Stufe Nummer eins, das wertvollste, wichtigste ist, Schlafritual. Ab sofort gilt für dich, wenn du um 22.30 Uhr ins Bett möchtest, damit du sieben Stunden mindestens gut geschlafen hast, dass du spätestens um 22.30 Uhr, aber das ist schon wirklich spätestens, dein Handy ausschaltest, keine Nachrichten mehr anschaust, nichts mehr machst, was in irgendeiner Art und Weise aktivierend ist. Kein helles Licht, keine laute, krasse Musik, keine Videos mit Worten Totschlag, keine Unglücksvideos, keine Unglücksnachrichten, nichts. Sondern langsam aus dem Tagesablauf ausgleiten. Diese Gedanken, die man nachher im Bett hat, die hat man dann eine halbe Stunde vorher und kommt dann sozusagen beruhigt ins Bett. Mindestens eine halbe Stunde. Wenn du um 22.30 Uhr schlafen möchtest, dann solltest du spätestens um 22.00 Uhr das Handy aushaben, alles technische aus, Licht dimmen, aufs Sofa legen, vorbereiten. Noch besser ist eine Stunde, 21.30 Uhr. Das wäre super optimal, dass du in den Schlaf kommst. Viele sagen jetzt im Adress, ja, bei mir ist es egal, ich gehe ins Bett, pam und fall sofort um. Aber ich bin trotzdem morgen sehr erschöpft. So, wenn man ins Bett geht und sofort einschläft, sozusagen keine Latenzzeit hat, keine Zeit, 5, 6, 7 Minuten, also zwischen 4 und 10 Minuten ist eine gute Latenzzeit, wo der Körper dann so langsam von der Wachphase in die Schlafphasen übergeht. Dann ist es auch nur ein Zeichen, dass dieser Mensch maximal erschöpft ist. Auch das ist kein gutes Zeichen. Wenn man ins Bett liegt, sofort Augen zu pack und weg ist, dann haben diese Menschen eine sogenannte kurze Latenz. Und das zeigt, dass sie extrem erschöpft sind. Und dieses extrem erschöpft ist natürlich auch wieder ein Zeichen, dass man natürlich den Tagesablauf überprüfen sollte, woher kommt diese maximale Erschöpfung. Denn wenn wir morgens trotz Koma einschlafen, aufwachen und erschöpft sind, müde sind, dann ist die Frage, warum sind wir nicht ausgeruht? Gut, es gibt ein Argument mit Essen, mit keinem Sport machen und so weiter. Klar, diese Faktoren müssen stimmen. Da habt ihr völlig recht. Wenn diese Faktoren aber stimmen und immer noch dieser Anteil Schlaf nicht dazu führt, dass wir maximal erholt sind, wenn wir mindestens sieben Stunden schlafen, dann ist die große Frage, ob es nicht tatsächlich am Einschlafritual liegt. Das ist Nummer eins. Einschlafritual. Sich vorbereiten auf Schlaf. Die Nummer zwei ist das Schlafzimmer. Und zwar, ich möchte speziell darauf raus auf die Matratze. Wir haben Schuhe an und legen auf gute Schuhe viel Wert. Viele Menschen sagen, Schuhe sind mir viel wert, ich stehe den ganzen Tag drin, ich laufe darin, das muss gut sein, das muss schick sein, das muss richtig gesund sein, der Schuh. Jetzt überlegt mal, Schuhe kosten ruckzuck mal 150, 250 Euro, wenn man richtig gute Schuhe hat. Und die Matratzen? Und die Matratze, auf der man schläft, auf der man ein Drittel, fast ein Drittel seines Lebens verbringt, da machen wir uns oft gar keine Gedanken drüber. Wie alt ist die Matratze überhaupt? Ist die Matratze schon durchgelegen? Passt die Matratze zu meinem Körpertyp, zum Schlaftyp, zu meinem Körpergewicht? Auch ganz wichtig, macht euch mal Gedanken drüber, wann habt ihr das letzte Mal eure Matratze gewechselt? Wart ihr schon mal in einem Matratzenfachgeschäft und habt euch schon mal beraten lassen zum Thema Matratze? Wenn das nicht der Fall war, abüberprüfen, wie alt ist die Matratze? Wenn sie schon länger oder älter ist wie fünf Jahre, sofort eliminieren, ins Matratzengeschäft und sich mal beraten lassen zum Thema, gute Matratze passen zu deinem Körpertyp. Das ist auch ein wertvoller Tipp. Zusätzlich natürlich auch Kopfkissen. Viele Menschen haben Kopfkissen, das sorgt dafür, dass sie unnatürlich im Bett liegen. Bauchschläfer zum Beispiel, wo das Kopfkissen zu dick ist und ich liege dann so im Bett und habe den Kopf so nach oben gestreckt und Druck hinten auf dem Nacken. Das kann nicht zu einem guten Schlaf führen. Auch hier wäre es wichtig, euch mal zu diesem Thema, was von Art von Schläfer seid ihr? Seitenschläfer, Bauchschläfer, Rückenschläfer? Welches Kissen benötige ich tatsächlich? Auch hier beraten lassen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Bettwäsche. Was für eine Bettwäsche hast du? Fühlst du dich wohl in der Bettwäsche? Bist du ständig am Schwitzen? Bist du jemand, der eher friert? Dann brauchst du natürlich auch entsprechende Bettwäsche, die zu dir passt. Auch hier ganz klar, geht in ein Bettenfachgeschäft, lasst euch einmal beraten. Wenn ihr jetzt sagt, das kostet viel Geld, das kann schon sein. Aber bitte vergesst niemals, wie wertvoll der Schlaf ist, was ihr aus dem Schlaf alles rausziehen könnt, wie hoch der Energiespiegel ist, wenn ihr gesund geschlafen habt. Das dürft ihr bitte nicht unterschätzen. Auch hier ganz klar, Matratze, Kopfkissen, Bettdecke, Bettwäsche, alles mal überprüfen lassen, ob das tatsächlich alles so passt. Dann haben wir die nächste Stufe. Die nächste Stufe wäre die Luft. Wie gut ist die Luft im Schlafzimmer? Habt ihr nachts Frischluftzufuhr? Zwei Menschen im Schlafzimmer von 30, 35 Quadratmetern, manche nur 20 Quadratmetern. Einatmen, ausatmen, unsere Ausatmenluft sammelt sich an. Die Konzentrationen an Schadstoffe in der Luft gehen hoch. Natürlich, der Sauerstoffgehalt im Raum bleibt immer der gleiche, aber es sind viele Schadstoffe da. Habt ihr im Schlafzimmer ein gutes Klima, ein gutes Luft- und Raumklima? Auch wieder einen Faktor zu überprüfen. Fenster aufmachen, regelmäßig lüften, nachts durchlüften. Da kommt gleich das Argument vom einen oder anderen und sagt, Andreas, bei uns ist es draußen laut und ich bin sehr geräuschempfindlich. Das war ein guter Tipp, denn da habe ich auch wieder einen guter Tipp. Ich persönlich schlafe immer mit Ohrstöpseln. Ich habe spezielle Ohrstöpsel, die stecke ich mir ins Ohr und dann habe ich absolute Ruhe. Absolute Ruhe im Schlafzimmer. Keine Geräusche, nichts. Meine Frau hat schon gesagt, Andreas, hast du heute Nacht schon mitbekommen, dass es gestürmt hat? Ich habe gestürmt, ich habe nichts mitbekommen. Wir haben auch bei uns im Schlafzimmer nachts immer die Tür komplett offen, dass wir immer eine Frischluftzufuhr haben, immer eine Luftzirkulation. Wenn man geräuschempfindlich ist und in der Nähe sind Straßen, was ja meistens der Fall ist, oder auch mal eine Straßenbahn, Eisenbahn, eine Autobahn, dann macht es Sinn, mit Gehörstöpseln, also mit diesen Ohrschutzstöpseln zu schlafen. Wenn du sagst, ich habe es schon probiert und es war unangenehm, dann lass dir welche machen. Lass es es speziell für deinen Ohrgang gießen. Wenn du jetzt da sitzt und fängst an zu lächeln, naja, unterschätze bitte den Schlaf nicht. Unser Gehör ist mit unserem Gehirn verbunden und zwar ständig, auch im Nachtschlaf. Jetzt haben wir nachts ein Störgeräusch. Dann bedeutet es noch lange nicht, dass du komplett aufwachst, aber du kommst aus der Tiefschlafphase raus in die Wachphase. Du bist nicht mehr im Tiefschlaf, du bist raus und durch Geräusche. Dann gehst du wieder in den Tiefschlaf und dann kommt wieder draußen ein Geräusch. Dein Gehör ist nicht komplett am Schlafen, hat eine Verbindung zum Hirn und Satz und Gewirn, aufwachen. Sondern so bist du ständig, fällst du aus der Tiefschlafphase raus und bist dann morgens gerädert, weil du nicht richtig in der Tiefschlafphase warst, weil zum Beispiel der Geräuschpegel immer zu hoch war. Also auch hier ganz klare Empfehlung von mir, überprüfe mal den Geräuschpegel bei euch im Schlafzimmer und probiere mal dieses Schlafstöpsel aus, ob du dadurch nicht einen besseren Schlaf bekommst. Also wir haben Luftzirkulation, wir haben jetzt natürlich auch nochmal die Geräusche und noch was Wichtiges. Das hat in den letzten 20, 30 Jahren so ein bisschen Einzug im Schlafzimmer erhalten. Das ist das Handy. Ich habe immer wieder Coaches, die sagen mir, Andreas, mein Handy liegt auf dem Nachttisch. Ich sage, warum liegt dein Handy auf dem Nachttisch? Ja, weil ich kurz bevor ich ins Bett gehe noch reinschaue, mir E-Mails anschaue. Okay, das ist schon mal sträflich. Und dann kommt dazu, das Handy liegt am Kopfende. Mit eingeschaltetem WLAN, mit allem drum und dran. Da zirkulieren Frequenzen, und das ist nachgewiesen, dass diese Frequenzen uns im Schlaf stören können. Ein Handy hat nichts im Schlafzimmer, zumindest nicht im Kopfende zu tun. Wenn du es als Wecker benutzt, dann legt es drei, vier Meter weg an die andere Seite, mach den WLAN raus, mach den Flugmodus rein. Und dann funktioniert der Wecker immer noch. Zwei Vorteile. Du wirst sofort aufstehen, weil der Wecker liegt nämlich drei Meter weg. Du musst aufstehen, weil das Geklingel dich nervt. Dann bist du einmal schon mal raus aus dem Bett. Und zweitens, du hast ihn ganz weit vom Kopf weg. Du hast kein WLAN mehr und hast einen Flugmodus drin. Und das ist auch wieder Vorteil Richtung besser schlafen. Aufpassen solltet ihr auch noch, dass wenn ihr im Bett seid, dass ihr nicht direkt am Kopfende Steckdosen habt. Das wäre auch wichtig. Wenn ihr da Rücksicht drauf nehmen könnt, achtet darauf, dass ihr keine Steckdosen in der Nähe vom Kopf habt. Zusätzlich auch keine elektrische Kabel. Ihr könnt nochmal überprüfen lassen. Da gibt es zwischenzeitlich Menschen, die beschäftigen sich damit, damit, dass sie das Schlafzimmer erstmal überprüfen. Sind da Frequenzen, sind da Störquellen da? Könnt ihr auch ausprobieren. Machen lassen. Und wenn ihr dafür jeden Tag eine Verbesserung des Schlafes von 20% habt, da kann ich euch heute eins garantieren. Das ist unglaublich, was sich das in der Performance, in der körperlichen und geistlichen Leistungsperformance ausmacht. Garantiert, hundertprozentig. So, lass uns mal überlegen. Das waren die wichtigsten Dinge. Wir haben einmal Schlafritual. Wir haben Matratze, Bettwäsche. Wir haben Geräusche. Wir haben Frischluft. Wir haben WLAN-Handy. So die wichtigsten Faktoren haben wir. Und jetzt überlege ich mir noch, was noch fehlt. Ah, jetzt ist doch tatsächlich fast vergessen. Der Partner. Natürlich. Klar. Wir hoffen immer, dass wir einen liebenswerten Partner neben uns liegen haben. Aber auch das ist bewiesen, dass wenn wir einen Partner neben dran liegen haben, in dem wir uns nicht verstehen. Wenn wir einen Partner neben dran liegen haben, wo es nicht funktioniert, haben wir auch keinen gesunden Schlaf. Jetzt ist die Frage, Partner austauschen. Hm. Will man nicht unbedingt. Lösung finden. Das wäre interessant. Was für immer ganz wichtig ist, ist keine Streitgespräche, bevor man ins Bett geht. Bitte zwei Stunden vorher, bevor man ins Bett, keine Streitgespräche. Das führt dazu, dass der Schlaf definitiv gestört ist. Auch hier müssen wir natürlich darauf achten, dass wir unseren Partner pflegen, uns gegenseitig pflegen in Form von körperlicher und geistlicher Pflege. Denn das führt dazu, wenn wir uns gegenseitig akzeptieren, wenn wir ein homogenes Zusammenleben haben, wenn wir uns wohlfühlen im Beisein des Anderes, steigt automatisch Schlafqualität an. Auch ein ganz wichtiger Faktor. So, haben wir noch was? Ja, das hatte ich schon im Einschlafritual vergessen. Alkohol ist keine gute Einschlafhilfe. Definitiv nicht. Denn das ist kein natürlicher Schlaf. Zwischenseitig gibt es schon ganz viele Menschen, die ich auch kenne, die im Business arbeiten, die extrem gestresst sind, die abends ohne ihre zwei Gläser Wein nicht mehr einschlafen können. Ohne ihre zwei Flaschen Bier nicht mehr einschlafen können. Ohne ihre Melatonin-Tabletten, ohne ihre Schlaftabletten nicht mehr einschlafen können. Also, Alkohol ist kein natürlicher Schlaf. Schlaftabletten sorgen nicht dafür, dass in natürlichen Schlaf kommen. Das ist eine K.O.-Tablette. Genauso wie der Alkohol setzt einem kurz mal aus. Das heißt, der Geist wird rausgenommen. Wir sind in so einer Scheinwelt, in einer Wattebäuschenwelt. Die ganzen Probleme sind verschwunden. Und ja, dann können wir zwar einschlafen, aber es ist kein gesunder Schlaf. Weil der Alkohol sorgt nicht für einen gesunden Schlaf. Auch der Tiefschlaf ist beim Alkohol nicht gegeben. Deswegen, das ist keine Option. Letztendlich müssen wir dann überlegen, welche Probleme haben wir? Was beschäftigt uns das? Wie können wir diese Probleme lösen? Alkohol, Schlaftabletten lösen diese Probleme nicht. Es kann mal sein, dass wenn es ganz krass ist, dass dann mal eine Schlaftablette wichtig ist, weil irgendwas Krasses, Emotionales passiert ist oder in der Familie irgendwas passiert ist oder auch im Geschäft was Krasses passiert ist, dann kann mal sein, dass so eine Schlaftablette tatsächlich mal Hilfe ist, sollte aber nicht zur Dauer werden. Genauso wenig, wie es zur dauerhaften Verhaltensweise sein sollte, sich ein, zwei Gläser Wein jeden Abend in die Binde zu kippen, um schlafen zu können. Als Ritual, das funktioniert nicht, das ist nicht gut. So, ich lasse mich nochmal überlegen. Ja, die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Dinge haben wir durch. Dann noch einen persönlichen Tipp von mir, so wie ich es mache. Abendlich, bevor man ins Bett geht, eine 10-Minuten-Meditation auf den Atem achten. Das kann man machen, unterstützt durch Musik. Das kann man machen, unterstützt durch Geräusche. Ich persönlich mache eine sogenannte Herzratenvariabilitätsmessung. Dadurch sehe ich, ob ich runterkomme. Und das ist eine Meditation, da wo man auf die Atmung achtet. Da habe ich einen Anschluss am Ohr mit dem Handy und kann dann sehen, wie weit ich runterkomme, wie weit ich mich beruhige. Und habe dann auch nochmal eine Ablenkung für mein Gehirn durch eine visuelle Mandala und durch verschiedene Ansichten, wo das Gehirn ablenkt, dass das Gehirn zur Ruhe kommt. Das wäre ein Tipp auch nochmal von mir, was ihr machen könnt. Ja, und auch nicht vergessen, bitte, mindestens zwei Stunden. Und mindestens zwei Stunden, bevor man ins Bett geht, keine großen Mahlzeiten mehr. Ja, ich weiß, manche kommen spät nach Hause und sagen, ich muss noch essen. Ja, da hast du recht, du wirst diese Energie noch brauchen, weil du vielleicht nur ein oder zwei Mahlzeiten hattest und der Energiebedarf noch da ist. Nur pass auf, dass das Speisevolumen nicht so hoch ist und vor allem, dass du keine Dinge isst, die sehr schwer im Magen liegen. Denn dein Magen-Darm-Trakt, der schläft da nicht, der hat dann gar keine Zeit zum Schlafen. Die ganzen Verdauungsorgane ziehen dir Blut ab, behindert dich beim Schlafen, stören dich beim Schlafen. Also mindestens zwei Stunden vor der Bettzeit eine Mahlzeit. Ja, aber die sollte nicht zu üppig sein, nicht zu fettreich, nicht zu zuckerreich, sondern eher was Leichtes, was leicht verdaulich ist. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, habe ich alles? Das waren jetzt die wichtigsten Tipps. Natürlich kann man jetzt natürlich auch noch ins Detail reingehen, in jeden Bereich nochmal ins Detail reingehen. Sich speziell bei seinem Schlaf beraten lassen, das geht, das mache ich meinen Coaches auch, wenn sie Schlafprobleme haben. Und denn ganz oft sind es wiederkehrende Gedanken, die uns beim Schlaf stören. Sogenannte irrationale Kerngedanken, Angstgedanken sind da. Da gibt es ganz viele Dinge, die man dann beheben kann, wenn man seinen Coaches das richtige Werkzeug dafür liefert. Das ist eine Arbeit von mir, eine meiner Arbeiten von mir. Und das ist auch meine Empfehlung, wenn ihr alles das, was ich euch jetzt erklärt habe, zum Thema Schlafen berücksichtigt. Und ihr kommt immer noch nicht guten Schlaf, ihr habt immer noch einen schlechten Schlaf, ihr wacht morgens noch völlig gerettet auf. Dann wird es Zeit, alle anderen Aspekte auch mal zu beleuchten. Thema Ernährung, Thema Bewegung, Thema Achtsamkeit müssen dann nochmal durchleuchtet werden, um zu gucken, wo ist hier die Fehlerquelle, wo ist die Störquelle. Und wenn man die Störquelle rausgefunden hat, dann kann ich euch heute eins garantieren. Ihr werdet eine Lebensenergie erfahren, die ihr so noch nicht kennt. Ich erlebe es immer wieder bei meinen Gesprächen, dass sie Leute sagen, Andreas, es ist unglaublich, was das ausmacht zwischenzeitlich. Dadurch, dass ich wieder gut schlafe, dadurch wieder, dass ich tief schlafe, habe ich am nächsten Morgen wieder so viel Energie, so viel Lebensfreude. Mein ganzes Verhalten hat sich geändert, meine ganze Ausstrahlung, mein ganzes Charisma hat sich wieder verändert. Und ich bekomme so viel Feedback von außen. Du siehst gut aus, du bist ausgerübt, du bist fit, du bist vital, du bist ganz anders geworden. Wow, was ist mit dir los, was hast du gemacht? Also, Freunde, unterschätzt das Thema Schlaf bitte nicht, unterschätzt es nicht. Auch wenn ihr sagt, naja, ist das alles so wichtig, schlafe und bewertet, unterschätzt es nicht. Warum legen Mediziner Menschen, wenn sie schwer verletzt sind, ins Koma? Warum? Weil da der Körper und der Geist sich am besten erholen kann, damit wir wieder fit sind, damit wir uns wieder regenerieren. Bitte nicht vergessen. So, ihr Lieben, das war's. Und wenn du jetzt sagst, lieber Andreas, das ist schön, dass ich das jetzt alles weiß, aber weißt du was? Ich habe weder die Lust noch die Zeit, mich zu diesem Thema zu informieren. Ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie das funktioniert. Ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt und führt. Ja, dann kenne ich da jemanden, der macht das sehr gerne, denn das ist eine Leidenschaft. So, wenn du sagst, dieses Thema Schlafen ist interessant, gesunde Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, ist genau das, was ich brauche, weil ich weiß, dass ich hier noch unglaubliches Potenzial nach oben habe, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich sofort eintragen zu lassen. Und zwar in meiner Page. Das heißt, du findest in den Bemerkungen, in den Shownotes, findest du Zugang zu meiner Page und da kannst du dir einen Termin raussuchen, deinen Wunschtermin, und dann hast du erstmal Kontakt mit einem meiner Mitarbeiter. Und einer meiner Mitarbeiter wird mit dir dann sich 20 bis 30 Minuten unterhalten und mal gucken, welche Wünsche hast du überhaupt. Wo ist dein Bedarf und passt dein Bedarf mit dem Programm zusammen, das ich habe? Und wenn das passt, dann haben wir beide in Kürze unser erstes unverbindliches, kostenfreies Beratungsgespräch. Und dann wirst du sehen, dass durch meine Erfahrung, von über 30 Jahren Berufserfahrung, über 50 Weiterbildungen und Ausbildungen, inklusiv dem Wissen von über 25.000 beratenden Kunden, erfolgreich beratenden Kunden, das bekommst du von mir. Danach musst du nie mehr darüber nachdenken. Wie soll ich mich ernähren? Wie soll ich Sport betreiben? Wie komme ich in den besten Schlaf? All deine Fragen sind zu 100% beantwortet, sodass du dich maximal auf dein Business fokussieren kannst, maximal Energie in dein Business reinstecken kannst, da wo du deinen Erfolg feierst. So, jetzt wünsche ich dir bei allem, was du tust, maximalen Erfolg, ganz viel Spaß und maximale Gesundheit. Mach's gut, bis bald. Hier war Andreas Drienbacher, dein Performance-Coach.